wie macht man eigentlich morgen weiter ich glaube wir können morgen auch erst mal gucken wie man weitermacht ich weiß nicht wieso so deinen normalen arbeitsplan hast aber das finde ich ganz schön frech gut ich habe die fahne jetzt mal hier aussortiert in der hoffnung dass sie wachsen und sie selbst vermehren und der erste preis der urstein buchvorlage in der kategorie buch mit sprechenden tier geht an wieso ist denn hier bitte sonnen was ich mag so nicht was denn etwas ist und sterben menschen macht man noch mal tricks in diesem komischen ofen in einem herzlichen wieso schwebt das da jetzt so auf dem hohlen zahn ich habe den doch hier braucht nur die gegenstände um die bricks zu bauen darum geht ich brauche dafür stein und pitch so wir brauchen mehr bäume ohne flachs die sind alle noch nicht reif zum fehlen und ich brauche holz gar nicht oder steigen das sah sehr gesund aus jetzt guck mal ich stehe den mal ganz kurz hierhin dann brauche ich da nicht reingucken sondern kann ihn einfach anschmeißen denn da wo ist er hin es kostet vor allen dingen vier steine pro ziegel bin ich blöd oder warum wird hat bei mir nicht angezeigt was denn jedoch nicht hier nicht hier also hier ein ofen in dem ofen kannst du ziegel bauen also ich dachte in den drecksofen das ist doch ja das ist der drecksofen nee okay du meinst in den rennofen ich dachte den drecksofen ja du hast direkt mal nein ich der rennofen wenn du wenn du schon unterwegs bist prima ein paar steine mit ich glaube du willst uns verarschen also sage ich jetzt mal nein ich würde sogar tomaten mitbringen getragene blöcke was sind denn getragene blöcke die sehen ach so okay die sehen ein bisschen anders aus als die normalen wände okay 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 was bist du schon wieder am schreiben jonas hast du mal sechs ziegel ich habe gerade 16 gebaut wieso brauche ich nur zehn brauche ungefähr ich weiß gar nicht wie viel aber viel ja man dann komm doch und wohin ja ich verstehe immer noch nicht warum für tomaten wofür brauchst du den backofen ich will ja schon sehen ja ich würde auch wissen nehme ich jetzt hier die permission weg wie sie was tun sie da mein lieber freund aber ich bin doch der ich bin doch der dann mach halt ich hab mir ach dann geht auch backen dafür brauchst du sowieso erst mal research baking deswegen wenn ich mich richtig erinnere konnte so im backofen vor allen dingen nicht viel gebäck machen und war mir nicht gerade angesagt aber mach einfach du wirst schon sehen was du davon hast das war ich übrigens und weg ist er das ist sehr bald morgen noch den friedensnobelpreis überreicht da muss ich glaube ich ausgeschlagen sein du lügst nicht den friedensnobelpreis überreicht da muss ich glaube ich ausgeschlagen sein du lügst du kriegst auch keinen witze preis und du kriegst auch sonst keine preise ach aber ich weiß doch nicht wie er hieß du kriegst auf den sack wenn du weiter rumlügst nein ich krieg morgen einen preis ich weiß noch nicht wofür für ein fenster kriegst du einen preis nein 6,99 oder so ein angebot nein kriegst morgen einen preis dafür ohne geschrieben hast ach stimmt das war es was hat er geschrieben ein zeilungsartikel dafür kriegt er einen preis ja aha kriegt man dafür jetzt schon preise ja ja unser ketchup das tut manchmal ein bisschen weh es war es wo ich die denn hin und vor allen dingen wie groß ist die denn überhaupt und hier schwarzen sind außer typen was aber freitag und hier sind nicht abgelegt ab sie ab sie alles gut ist gut so die brauch tatsächlich so viel platz die braucht überhaupt keinen raum die blast für uns braucht überhaupt keinen raum die kann draußen stehen aber irgendwo kann man pipes ran setzen und die dann in output kontenz 100 liter output jetzt kann man hier irgendwo pipes dran wappen und dann dann geht das das ist ja geil okay so das heißt die brauche weg dann würde ich mir mal briggs mit dem habe ja auch was bezahlt schon stehen sie wieder wie die geile da ihr könnt das scheiß kochrezept dann haben dann brauchst du dich researchen doch zwei fliegen mit einer kacke vom stamme der scho schon jetzt ernsthaft weil der müll geht das mit dem output fuel und so das habe ich ja nicht verstanden das mit dem output fuel und so das mit dem output ja gut sie steht jetzt nicht besonders sicher aber sie steht aber eine rakete gebastelt in deinen rakete ich weiß es ist nicht rakete weiß egal ich rakete trotzdem ich glaube er ist ein bisschen das ist alles ich dachte das ist kupfer das ist alles iron wie geil ist das denn das finde ich gut okay damit kann ich leben 9 und dahin und dann brauchst du mir jetzt mal wieder tag und wo kann ich da jetzt beachtet die schwarzen wolken am himmel einfach gar nicht ich weiß gar nicht wovon du warst da finde ich den wie doof ich will ihn irgendwo anders stehen haben das ist aber nicht wo ich hätte ich hätte den gerne ich hätte den gerne da noch dran also ich glaube in drei minuten müssen wir endlich zum ende kommen was in welchen drei minuten genau genau in drei minuten also müssen wir nicht aus wäre schön so ein bisschen verschönerungs arbeit geleistet ich würde heute einfach mal den server laufen lassen um die bäume wachsen zu lassen genau da bin ich ganz seiner meinung das ist eine sehr gute idee wenn mein ganzer angebauter scheiß im garten dann verrottet aber ja ist ruckit warum ruckit hallo hallo den server noch nicht jetzt ausmachen weiter was passiert hier gerade auf deiner maschine ist ein bisschen bösen zur welt nein die klein sind und so teilweise ruckelt das spiel übrigens wenn die bäume ein bisschen wackeln aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh wenn alle bäume ein stückchen wachsen alle auf einmal ja dann muss hier irgendjemand kurz die baum Kronen anheben und dann ein Stückchen dazwischen packen. Ja, das stimmt. Da würde ich auch kurz wackeln. Wackedacke. Wackedacke? Ist es da schön auf dem Monde oder ist es da nicht schön? Was? Schönster Projekt. Na gut. Das heißt? Noch 17 Sekunden. Wofür? Nee, wir beenden jetzt sofort Na gut. Ich finde es immer noch schade, dass man nur eine einzige Tür bauen kann. Wie? Du kannst nur... Ja, du kannst nur eine Holz... Nein. Man kann nur eine Türart bauen. Ach so, ja. Ach so, ja. Jetzt wäre man mal ein Werbung benennen könnte. Was? Wie landet denn das Iron Ore? Aber ein Eisenohr. Oh, oh, ein Eisen. Ach da. Na gut. Äh, das heißt tatsächlich ich verabschiede mich mit Rauch im Hintergrund und dem Mondschein da vorne. Mit dem letzten Blick. Ach. Na guck mal. Oh, das ist... Das ist ja ein geiles Bild. Ohne Scheiß. Ich bin immer vor, da wäre Scheiß dabei. Das finde ich total geil. Das ist so schön. Die Pestwolke am Himmel, der Müll, der Verseuchungsmüll, der da steht. Direkt mit dem Schild und dem schönen Häuschen verabschiede ich mich und sage eine gute Nacht. Euch allen. Schlaft gut. Erholt euch schön. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, schaltet einfach wieder ein. Ich sage Tür mit Öl und reingehauen, wieder schauen. Bis bald.